Hallihallo meine Lieben, hier sind wir wieder bei Final Fantasy X am Fungus Pass mit der Lena und dem Detlef. Ja, wir machen gerade hier einen Spaziergang. Nein, wir sind mitten in der Miehenoffensive und wir versuchen gerade Sin niederzumetzeln. Also werden wir es mal versuchen und uns den Kampf anschauen. Oder auch nicht. Achso, hallo. Oh, ich hoffe, dass wir bereit sind. Den Kapu so. Ja, eine von Sin-Schuppen ist entkommen, die wir jetzt wieder aus dem Weg räumen müssen. Ach, was soll's, ne? Meisterruf. Sigi. Komm, besiegen wir das viermal mit all unseren X-Tase-Moves. Das wird ein Spaß. Haha, das wird bestimmt schneller gehen als beim letzten Mal. Ich weiß, dass ich mit diesem Boss eigentlich ein paar Probleme sogar hatte. Aber wir haben eigentlich viel trainiert, das könnte gehen. Du bist ein starker Kerl. Ja. 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 Die Arme haben sich regeneriert. hat er denn noch Komm eine Ekstase noch dann bist du voll inbar Es tut mir leid Sigi dass ich dich opfern musste aber was ist denn Schuppe? Was sollen wir denn tun? Du hast uns aber eine große Hilfe Du warst uns eine große Hilfe und hast alles ganz toll gemacht Auch wenn du jetzt wahrscheinlich dafür büßen musst Tut mir leid Ach es tut mir leid Da blutet mein Herz Meine schöne arme Bestie Ach Sigi So Kraft breche Ja er breche seine Kraft Boom Ich kann Ich weiß nicht mehr wie Dingsbombs geht Hm was mach ich denn Blitzrabut Ich glaube da muss man den Den Stick sehen Wie ging das denn? Ah ich hab keine Ahnung Ehrlich gesagt Oh Gott Gravitas Nuna muss dabei sein Auf jeden Fall Und du musst Magie brechen Wollen wir mal seine Magie ein bisschen Oh er ist nun So ein Mist Ach nee Ja Wir tauschen mal eben Luno gegen Kimari Einfach nur damit er Erfahrung auch bekommt Na Hey was kannst du denn? Feintechnik Fügt Zappel Schaden zu Verschwindet Was zum Teufel Ich mach mal Flammen einfach Boah wow Das war jetzt Boah klasse ey Echt super Das hat mich echt vom Hocker gehauen jetzt Ich bin fast Also ne Ich bin fast in Euphorie gestorben Zum Glück schicke ich gleich Kimari jetzt mal weg Oh die Arme haben sich regeneriert Ist nicht gut Komm Auron Das schaffst du Locker Na so Du tauscht gegen Waka 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 Tumbula Lippte Ha Super Das wird ein flammender Bad Jo Verprassen wir mal All unsere All unsere Ekstasen Was soll's Ey der hat ja gar nicht mehr viel Scheiße Da muss der Detlef auch nochmal dran teilnehmen hier Sonst kriegt er keine Erfahrung Das wäre ja echt schlecht Jetzt mach ich aber gleich noch Oh mein Gott Komm Was soll's Was soll der Geiz Super Der Arm wehrt das wahrscheinlich jetzt ab Ne doch nicht Ich will aber mit Juna den finalen Schlag machen Und zwar mit Rüdiger Das ist episch Episch Ich weiß jetzt nicht ob man Wenn man den Mitte Bestia besiegt Ich glaub dann Kommt trotzdem alle So Inferno Ist eine sehr schöne Attacke Gefällt mir persönlich sehr gut Hau den Gegner richtig von den Socken Eine gegrillte Zinschuppe bitte Einmal zum Mitnehmen Oh Nam 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 Schön gebrutzelt Krossbraun gebraten Yam nam nam Mit ein bisschen Stein verfeinert Boah vernichtend Hierher Ach und so Bestia sind so toll Das gibt ordentlich AP Ups Let's go Fire Charge Okay Er bleibt einfach stehen M-m-m-m-m-multi-kill Tut mir leid Stand back lady Wir kämpfen mit Seymour Haben Seymour in unsere Gruppe Oh und Seymour ähm hat 999 MP Wtf Erstmal gucken was der sich hat Mh... ...hier tut... ...wiaaa... ...sauf alles Mucki... ...wann weiß man sie und schwarz man sie... ...wass man... ...worn... 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 ...ich will nur mal gucken, wie das aussieht, wenn er angreift... ...wissen... ...okay... ...una... ...guck mal, als ist man ein Auron... ...sir hat doch schon ein bisschen sehr angeschlagen... ...der Arm... ...auch... ...nützt ja eigentlich nichts... ...guck mal dich mal um die Arme... ...naja, dann wollen wir mal zaubern... ...fangen wir mit Feurer an... ...auf den Kopf... ...oh mein... ...what the... ...what the fuck... ...okay... ...das war sehr effektiv... ...ich vergaß... ...ja, dann... ...wird's jetzt ein leichtes Spiel... ...sowieso... ...Blitzer! ... ... ...ohren kann man sich um die Arme... ...Juna... ...Halt... ...und... ...ja, macht den Rest... ...Wir werden das Kind schon schaukeln... ...ah... ...ah... ...amputieren wir das mal ein bisschen so... ...das Vieh... ...den Arm und so... ...bete... ...jetzt kommt Wassra... ...mein Gott, Simo ist so cool... ...wie der mal eben... ...ähm... ...so viel Schaden macht... ...ähm... ...kassbar... ...ohren kann man sich immer noch mit die Arme... ...und... ...Eisrach... ...die Hälfte haben wir schon geschafft... ...solange Simo uns nicht wegstirbt... ...ist alles in Ordnung... ...in bester Ordnung nur... ...hey... ...was habe ich gerade gesagt... ...und jetzt fangen wir wieder mit Feuer an... ...ich Maximus... äh... ...starb... ...das sieht so cool aus... ...pach... ...hmm... ...Blitzra... ...ah, der dürfte jetzt tot sein... ...vernichten sogar... ...oh mein Gott... ...das wär's dann auch mal gewesen... ...yo... ...alle kriegen ordentlich, äh... ...AP... ...das ist doch schön... ...Hurra... ...yay... ...oh... ...oh Simo... ...was zum... ...ah... ...wieso kriegt der auch... ...der ist ja gar nicht in meiner Gruppe... ...Albtraum... ...das klingt nach einer interessanten Waffe... ...mh... ...ah... ...die anderen... ...das ist die, äh... ...antieke Maschine... ...da, was da ist ja nicht so... ...die... ...dur... 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 Ohiuiui, das geht ja ganz schön rund. Ohiuiui, das geht ja ganz schön. 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 Kann man da auch irgendwo anders hin? Ohiuiui, das geht ja ganz schön. Ohiuiui, das geht ja ganz schön. Aber sie sind ja eigentlich ganz schön aufgelabelt, ist mir aufgefallen. Wir haben den ja ohne irgendwelche Probleme besiegt. Das ist echt schon... Wow. Wow. Wow wow wow, ich bin begeistert. Ja gut. Oh no. Seine Augen starren in den Himmel. Sein Körper ist noch warm, aber ohne Atem. Sein, das ist eine Frau. Oh no. Oh no. Als ob man nur schlafen würde. Er hatte wohl keine Zeit Schmerzen verspüren. Du lebst. Was geht? Why? Was? Was ist passiert?! Come on! Don't you run away from me! Everyone, stand back! I'll summon! You won't hurt it! Your powers are still too weak. But I must do something! You can't! I have no idea what I was thinking when I ran after Sin that day. Before I knew what I was doing, there I was, chasing him down like a thief at Market. Maybe I was angry. Maybe I wanted to go home. I kept thinking of Xanarkand and my old man. Hmm. Mysterious little kid. Ach nee, gar nicht. Schade. Oh, da ist es aber. Man sah übrigens auch Lutz. Das heißt, dass unser lieber guter Freund Lutz auch nicht mehr unter dem Leben verweilt. What? They say you don't practice anymore. That you're gonna retire. Let them talk. I'm still the best. They say you're no good cause you drink all the time. I can quit drinking whenever I want. Then do it now. What did you say? You just said you can't. Heh heh. Tomorrow maybe. Why not today? Why do today what you can leave for tomorrow? There he goes again, crying. I thought I sensed my old man there. Somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. Phew. How many died today? People die and Yuna dances. When will she stop dancing? When will it stop dancing? Yuna won't stop dancing. Not until Sin is gone. Those were my thoughts then. I think. I see you're still here. Huh? Many stories ended here today. Maybe they all didn't want to go home, my friend. I think they're already in contact with Sin again. The toxin. Are you okay? Yeah. Then I'm going to search for Yuna. I'm going to search for Yuna. Let's save it. I want to search for Yuna. What do you mean? Vielleicht hat Auron ja recht, vielleicht aber auch nicht, wer weiß das schon. More than ever, you must be the people's strength, their confidence. Anyone else would be expected to show their sorrow. But you are a summoner. You are Spira's hope. Until sin is defeated, you must not relent. Do you understand? Yes, I understand. Are you afraid? Yuna, take me as your pillar of strength. As Yuna Leska had her, Lord Zeon. Lady Yuna, until next we meet. Farewell. Seymour hat gerade übelst Yuna angemacht. Wollte ich nur mal so sagen gerade. Seymour hat die Yuna angemacht. Okay. Ach Gott. Ich will da nicht rüber laufen, ich will nur gucken. Ich will da nicht rüber laufen. Du kannst die Übungen nicht ignorieren. Ach Gott, ist das traurig. Ich bin da durch. Von deinen Soldaten an der Front haben nicht einmal die Hälfte überlebt. Oh Gott. Meine ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die Bürgerwehr ist am Ende. Ach Gott. Möhrig. Ami. 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 Möhrig. Mhm. Lulu? Ami. 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 Die Sinnen ist verabschiedet. Ja. Da war ein paar Mal, dachte ich, dass ich ihn fühle. Aber das bedeutet, dass ich dich glauben. Die Sinnen ist verabschiedet. Er kam hier für dich. Also, er hat alle diese Leute, um mich zu sehen? Das ist das die Sinnen. Er wollte das zu dir zeigen. Wieso? Wie soll ich wissen? Also, du würdest ihn töten. So lange, dass er ein Sinnen ist. Jekt wird immer töten. Er will, dass du ihn verhörst. Du musst schuldig sein. Wie wirst du denn alles wissen? Ja. 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 Ist hier noch was? Gut. Dann speichere ich hier und dann mache ich erstmal eine kleine Pause. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ja, es ist ziemlich melancholisch gerade. Ziemlich traurig. Sin hat viele Leben ausgelöscht. Und Juna musste wieder ihren Toten tanzen und die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits geleiten. Und ja, ziemlich viel auf einmal, würde ich mal sagen. Ziemlich dramatisch alles, ja, ja. Und dann würde ich mal sagen, seid auch nächstes Mal dabei, wenn wir unsere Reise fortsetzen und versuchen Sin aufzuhalten. Also dann, viele liebe Grüße bis zum nächsten Mal, eure Lenschen93. Ciao.